Hey Leute, ich kann nicht mehr. Es ist unfasslich. Also, wenn ich euch in die Finger kriege, ne? TikTok weidet kleine Kinder aus. Trinkt deren Blut für einen jugendlichen Stuhlgang. Und die Organe werden zu Gummikameras verarbeitet. Also, Leute, falls es bei euch reinregnet. Unfasslich. Was ist mit unserer Welt nun los? Und das ist alles wahr, was ich erzählt habe. Ich habe es ja gesagt. Und das ist wie ich tiere, was ich richtig geliebe. Und da ist das, was ich nicht geliebe. Und das ist wie ich halt. Ich bin nicht festgelegt. Und ich bin aber. Und ich bin nicht festgelegt.